hallo der blindspec telefon und willkommen zurück zu einer neuen folge von shimmy 2 ich brenne er war definitiv nicht so smart von mir ja hätte ich den gekillt das wäre schon geil gewesen können wir shuffle modus an machen oder ist das nö naja jetzt stand zumindest dran der da einfach durch rennt wie so eine kleine snitch hat ihm aber nichts geholfen erschaffen modus ist an sehr gut habt ihr das gemacht fuck ich idiot da wollte ich nicht zu weit nach rechts ziehen um ein mate nicht zu treffen und deshalb ich letztendlich gekillt meine freudlichkeit man muss einfach durch den mate durchstechen da passt es schon durch die brust des teammates dringt dann das schwert in den gegner hinein alter das war wunderschön fand der gegner auch die 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 ich bin tot die balliste wurde von jemand anders in beschlag genommen wie frech nein da ist noch eine gib sie mir gib sie mir gib sie mir gib sie mir du arsch ohne dabei habe ich doch nichts gescheites zu werfen hätte ich wenigstens wurfmesser oder so oder pfeil und bogen die sind so schwer zu treffen mit diesen kack felsen haha leute da ist einer oben ne paar sogar nach älgerlicher ist dass ich den ich gekillt gekriegt habe mann der hat doch nicht mehr viel hier ok hier machen wir sowas rein hier 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 jesus haut er mit dem ja den überkopf zu ja in dem ist ja nicht genug content momentan nachliefern aber es gibt ja die roadmap wo noch sachen kommen neue maps und so das war traurig ihn hätte ich doch haben können richtig party der hat das ist genau das was mir in dem tutorial beigebracht wurde du änderst den angriff auf einen anderen und dadurch hättest du dann früher wie der gegner sein konnte durchbringt ja wenn ich das jetzt in der praxis umsetzen könnte da wäre vielleicht auch ein bisschen ich habe natürlich nicht denkbar scheiß waffe gegen den typen auch ja der hammer den ich da gerade hatte ist glaube ich der der ritter one shotten kann mit dem stich warum auch immer aber natürlich auch nur das schwere stich sehr schön war natürlich ich wusste ganz genau dass der da ist jawohl so musste es weiter duten ich habe mich abgelenkt dass der unter mir stand zeit auch zu zweiter gewesen weil es ist allein nicht konnten brechheit okay wir werden so hart weg gemacht hier gerade quatsch ja die wird halt eigentlich schon durch ne ouch genau der mit den meisten punkten in unserem team das ist belastend nein ich brauche eine balliste leute gib bitte balliste gib bitte balliste du arschloch doch ich war zuerst shit und dann versämmel ich direkt den ersten angst was das hat doch wohl gehattet sind halt alle schon hier oben ich wollte nicht noch mal hingehen ich wollte schon vorher aufhören weil ich habe die doch gehört das brauche ich noch mal als soldat oder nicht ja ich konnte natürlich noch mal als soldat stimmt mit beim pfeil und bogen nicht wohin woher zieht der selbst wenn wir das machen was der gesagt hat und jeder mann von uns die fünf davon mitnimmt das reicht halt immer dadurch weil wir haben halt einfach einen countdown alter irgendwie ist meine waffe gerade komisch und ich wünschte auch ich wäre als was anderes gespawnt ich bin jetzt schon wieder schild schild ich bin tot ich war der letzte überlebte soldat kann das sein jeder ist doch einer jetzt aber das war eine weitere folge von shimmy 2 ich hoffe euch hat es gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dahin